Willkommen zum Reallabor BürgerInnenbeteiligung. Verwaltungen müssen viele Entscheidungen treffen, um ein möglichst gutes Leben für alle zu ermöglichen. Das ist eine ganz schön komplexe Aufgabe und bedeutet ein neutrales Abwägen vieler Faktoren, Interessen und Daten. In hitzigen Debatten geht die Stimme der Verwaltung dann schnell unter. BürgerInnen bekommen vor allem polarisierende Argumente zu hören. Sich selbst eine sachlich begründete Haltung zu bilden oder zu verstehen, auf welcher Datengrundlage Verwaltung überhaupt planen und entscheiden, ist somit gar nicht so einfach. Eine Möglichkeit, das zu ändern, BürgerInnen mehr beteiligen. Im Reallabor BürgerInnenbeteiligung haben wir das am Beispiel des Verkehrsmanagements zur Verbesserung der Luftgüte getestet. Teilnehmende konnten Verwaltungsprozesse entlang verschiedener Stationen selbst durchlaufen und dabei viele Fragen klären. Unter anderem, was passiert in der Verwaltung, wenn zur Verbesserung der Luft zum Beispiel Kieze verkehrsberuhigt werden soll? Und wer darf dabei, wann und wobei mitreden? Wie hängt die Luftqualität mit dem Verkehrsverhalten zusammen? Mit was für Daten wird gearbeitet, um herauszufinden, wie sich verschiedene Verkehrsmaßnahmen langfristig auf die Luft auswirken? Und was macht das alles mit dem Stadtbild und mit unserer Gesundheit? Im Reallabor haben die Teilnehmenden über all diese Facetten viel gelernt, um dann am Schluss, wie im Rahmen einer Bezirksverordnetenversammlung, einen Antrag einzubringen und vorzuschlagen, welche Maßnahmen zur Verbesserung der Luft umgesetzt werden sollten. Fast wie im echten Leben wurde dann abgestimmt. Das Ziel des Reallabors ist zu erforschen, wie Beteiligung in Zukunft aussehen sollte, wenn es um datenbasierte Maßnahmen geht. Damit sich BürgerInnen möglichst sinnvoll in die Entscheidungsprozesse der Verwaltung und Politik einbringen können. Und mögliche Konflikte frühzeitig erkannt und gelöst werden können. Das Ziel des Reallabors ist zu erforschen, wie Beteiligung in Zukunft.